Was ist die 7 größten Fehler? Um diese Fehler auch langfristig zu vermeiden, um am Ende eine gute Rendite zu machen und selber gute Anlageentscheidungen zu treffen und zwar besser als unser Bankberater. Unsere Abonnenten wissen das schon, das ist unser Ziel mit dem Kanal und deswegen steigen wir direkt ein in den ersten Fehler, der gemacht wird. Unser erster Fehler bezieht sich viel weniger auf die Anlage selber als auf die Informationsbeschaffung. Und ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Anleger sich über die letzten Jahre immer wieder gemeldet haben mit Nachrichtenartikeln, Newsbeiträgen, die sie mir per E-Mail schicken und dann darauf eine Stellungnahme haben wollen. Und diese Kritiken bzw. diese Nachrichten sind dann oftmals ausgelegt mit Überschriften, ja das ist die kriminelle Botschaft von, das ist die große Gefahr von und so weiter und so fort. Und dann hat man in diesem Artikel eine Auflistung dieser Gefahren und am Ende das Fazit, die Gefahren sind nicht besonders groß. Und das sieht man immer wieder, dass also gesagt wird, jetzt verdoppelt sich die Zahl und dann guckt man am Ende diesen Artikel und da steht drin, sie verdoppelt sich von 1 auf 2 statt von 100 auf 200. Also die Metriken, die hier verwendet werden, die Statistiken und Zahlen, die zwar richtig sind, die aber auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden können, werden in den Überschriften immer reißerischer formuliert. Und das natürlich mit dem Ziel, dass du draufklickst, dass du über Social Media oder andere Kanäle auf diesen Link klickst, damit die eine neue Werbeeinblendung generieren können. Davon lebt das Business und davon müssen wir Abstand nehmen. Also wenn du dich informierst, dann auch gerade bei Aktien gelten natürlich immer, sachliche Quellen zu verwenden. Und wenn man eine Quelle hat und auch die sachlichen Medien werden teilweise immer reißerischer, dann bitte genau durchlesen und schauen, ob diese Überschrift dann dem auch entspricht. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wichtiger ist es jetzt, wenn wir in den direkten Handel hineinkommen. Und einer der größten Fehler, die wir immer wieder sehen im Handel ist, dass die Menschen Aktien verkaufen von Unternehmen, die sie eigentlich mögen, weil sie davon ausgehen, dass sie noch weiter fallen. Und genau da ist die große Falle zu sehen. Wenn wir ein Unternehmen, und deswegen würde ich dir auch das Video empfehlen, was ich dazu gemacht habe über Risikomanagement, ich werde es hier einblenden, wenn dir ein Unternehmen doch gefällt und du feststellst, dass das Unternehmen momentan sehr günstig zu kaufen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Kauf machst, sehr, sehr groß. Auf der einzelnen Auswahl von Aktien lässt es sich einfach nur die Differenz zwischen Wert und Preis anschauen. Und wenn diese Differenz groß genug ist, wirst du wahrscheinlich nach einem Kurssturz, wie wir es erlebt haben, auch einen guten Deal machen. Das muss nicht für ETFs und Ähnliches gelten, aber für einzelne Aktien gilt das in der Regel immer. Denn wir wissen natürlich nicht, ob es weiterfällt oder steigt. Wir wissen nicht, wie sich einzelne Themen, die in der Zukunft eventuell noch kommen, noch in diesen Wert einpreisen müssen. Und dementsprechend sagen wir grundsätzlich immer, wenn du einzelne Aktien kaufst, dann bitte, dann, wenn sie günstig sind. Und die Spekulation, ob sie noch günstiger liegt, die ist häufig falsch. Bei ETFs, wie gesagt, könnte das Ganze etwas anders aussehen. Da würde ich ja nicht einen entsprechenden Wert in dem ETF sehen, sondern diese langfristige Aussicht auf Wertsteigerung. Und das müssen wir daher auch unterscheiden. Man kann nicht wirklich sagen, ob ein ETF jetzt billig ist oder nicht. Man könnte dann von dem Markt den KGV anschauen und solche Kriterien wählen. Aber dort ist es eher wichtig, das langfristige Auge zu haben. Und das ist ja das, was Investoren auch tun. Sie kaufen sich Stück für Stück oftmals diese ETFs als Sparpläne, um ein langfristiges Ziel zu erreichen. Und jetzt zu sagen, ich kaufe einen ETF mit einem Schlag, weil ich davon ausgehe, dass es nur noch steigt, ist genauso der Fehler zu sagen, ich kaufe jetzt kein ETF, weil es nur noch fällt. Und so können wir also davon ausgehen, dass eine regelmäßige Einzahlung auch hier weiterhin interessant sein wird. Die Anleger bei uns, die übrigens in dem Aktienfonds regelmäßig jetzt in den Tiefpunkten einmal in der Woche eingekauft haben, waren besser als die, die alles auf einmal probiert haben. Dementsprechend zeigt sich auch hier der Durchschnittskusteneffekt. Der zahlt sich aus, wenn man dann zum Beispiel sagt, ich kaufe mir im Zwei-Wochen-Takt jeweils ein Drittel meines Anlagevolumens oder ähnliches. Wie das genau auszusehen hat, wie bei allen anderen Themen, unterliegt natürlich deiner eigenen Einschätzung und deiner Meinung auch vom Markt. Ich kann dir nur die allgemeinen Grundregeln mitgeben, die man so kennt. Und das ist also auch keine Empfehlung, wie du konkret vorgehen musst. Das ist an dieser Stelle natürlich auch gesagt. Was diese Sparpläne bei Aktienfonds angeht und ETFs, ist das sehr, sehr ähnlich. Denn der Fondsmanager in einem Fonds wird automatisch auch Aktien kaufen, die momentan günstig bewertet sind. Das heißt, hier braucht der Anleger sich gar keine Gedanken dazu machen, ob diese Aktie weiterfällt oder nicht. Er muss nur eine Entscheidung machen, wie viel Geld er jetzt investieren wird. Und auch da ist dieser Durchschnittskosteneffekt mit zwei, drei Käufen ähnlich sinnvoll wie bei ETFs. Bei Aktien sehen wir aber nicht nur dieses Phänomen, dass wir gute Aktien nicht kaufen, weil sie weiterfallen können, sondern natürlich auch, dass wir versuchen, den Markt insgesamt zu timen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es nochmal einen Tiefpunkt können wird. Und wir wollen unbedingt genau diesen Tiefpunkt erreichen, um dann das ideale Trading-Modell zu haben. Und hier in dem Kanal sind die meisten Zuhörer Männer. Und genau die unterliegen hauptsächlich dieser Situation, dass sie perfekt treffen wollen. Und das zeigt sich in der Vergangenheit. Ist sehr, sehr schwer gewesen. Und wir können nämlich nie wissen, wie es weitergeht. Erst vor kurzem, wer sich noch erinnert, 2018, als die Märkte mal so um 20% fielen, da haben viele gesagt, jetzt kommt die große Rezession und ich kann keine neuen Anteile kaufen. Wie sich gezeigt hat, war das dann nicht der Fall. Spontan haben die Märkte gedreht und ziemlich schnell wieder neue Höchststände erreicht. Die Gefahr, nicht zu kaufen, ist also auch genauso groß, wenn man da versuchen will, diesen perfekten Zeitpunkt zu finden. Und auch hier ist wieder der Durchschnittspreis die beste Lösung. Im vierten Punkt drehen wir den Spieß mal um. Und das sind nämlich die Käufe, die fälschlicherweise gemacht wurden, nur weil ein Aktienkurs gefallen ist. Man kennt ein Unternehmen. Das Unternehmen war seit Jahren gut. Man hat es immer wieder in den Medien gehört. Es ist ein gutes Unternehmen mit einem Fundament dahinter. Und plötzlich fallen die Aktienkurse deutlich zusammen. Und man sagt sich, das muss jetzt günstig sein zum Kauf. Und genau das ist einer der häufigsten Fehler, der gemacht wird. Man schaut nur auf den Chart, nur auf die Kursentwicklung. Und weil diese Kursentwicklung nach unten geht, geht man davon aus, dass diese auch wieder nach oben geht. Das gilt in der Regel für den gesamten Markt. Also bei einem ETF kann das durchaus eine richtige Strategie sein. Wenn ich mir allerdings einzelne Titel anschaue, dann kann man da richtig daneben liegen. Denn es gibt ja zwei Gründe, warum ein Unternehmen fallen kann in diesem Fall. Entweder, weil so eine Krise eine echte Auswirkung auf das Unternehmen hat. Das heißt, das Unternehmen ist einfach durch diese Krise nicht mehr in der Lage, das Geschäft so weiterzuführen wie vorher. Gerade in der aktuellsten Situation könnte das bei vielen Unternehmen der Fall sein, die jetzt Probleme bekommen, die sie auch nachhaltig auf das Unternehmen auswirken. Ich sage nur Flugbranche, Reiseindustrie und ähnliches. Gleichzeitig gibt es aber auch noch einen anderen Grund, warum diese Unternehmen fallen können. Nämlich, weil sie vorher schon extrem teuer waren. Es gibt unheimlich viele Unternehmen, die 2019, Ende 2019 mit extrem hohen Multiplikatoren gehandelt werden, wo man einfach eine Hoffnung auf weiteres Wachstum gesetzt wird. Und das Unternehmen war damals schon teuer. Nur weil der Wert oder der Preis vielmehr des Unternehmens jetzt fällt, heißt das noch lange nicht, dass die Bewertung jetzt fair ist. In vielen Fällen sehen wir immer noch sehr, sehr teure Preise für gut wachsende Unternehmen aus der Vergangenheit, die aber immer noch wahrscheinlich für einen guten Value Investor zu teuer sind. Noch schlimmer als die falschen Werte zu kaufen, ist es aus Angst gar nicht zu kaufen. Und da haben wir wirklich lange Erfahrungen mit. Wir haben das immer wieder entdeckt, dass Anleger kommen und sagen, ich kaufe jetzt nicht ein, weil ich Angst davor habe, mein Geld zu verlieren. Auf eine Sicht von 20, 30 oder sogar 40 Jahren hinweg ist diese Angst jedoch relativ unberechtigt. Wer in einen Fonds investiert oder in einen ETF, die gut aufgestellt sind, die gute Arbeit leisten, der wird davon ausgehen können, dass wir wieder neue Höchststände irgendwann erleben und vor allen Dingen, dass wir höher stehen werden als heute. Und das ist natürlich nicht zwingend morgen der Fall oder übermorgen, aber der Zeitpunkt wird in der Regel kommen, wenn man ein breit aufgestelltes Portfolio hat, dass dieses Portfolio in Summe höher dastehen wird. Und diese Angst haben wir schon 2009 erlebt, nach der großen Finanzkrise. Da habe ich einen Kontakt gemacht mit einer Person, die gesagt hatte, sie würde gerne investieren, sie tut es aber nicht, weil sie Angst hat. Die Folge war, die Tiefpunkte wurden nicht annähernd getroffen, es wurde also kein Investment durchgeführt aus der Angst, dass es zu einer wirklich langanhaltenden Rezession kommen kann. Und dann hat die Person gewartet und gewartet, die Kurse stiegen und stiegen und als die Angst sich langsam gelegt hat und man Motivation hatte, wieder was zu tun, kam ein anderes Thema auf. Nämlich das Problem, dass diese Person mir dann wiederum sagte, jetzt ist es schon zu spät, jetzt will ich auch nicht mehr aufspringen, jetzt werden die Märkte wieder zu teuer. Jetzt, in dieser Krise, hat die Person ein neues Depot bei uns eröffnet und hat investiert in den Alvers der Aktienfonds. Hintergrund ist, man hat aus dem letzten Fehler gelernt und das nun wirklich in die Tat umgesetzt. Das Problem dabei ist, die letzte Krise ist bereits elf Jahre her und in der Zeit hat man ordentlich Rendite liegen lassen. Von dem her, vergesst bitte nicht, dass andere Menschen diesen Fehler schon gemacht haben und ihr nicht wiederholen müsst. Dementsprechend glaube ich, dass es langsam an der Zeit wird, Stück für Stück seine Position wieder aufzubauen und langfristig steigende Märkte zu nutzen. Denn je früher wir investieren, desto mehr Rendite werden wir in langer Frist in der Zukunft sehen werden. Das Ganze per Sparplan vielleicht ganz bequem und das senkt auch das Risiko eines fallenden Kurses, denn dann kann man günstig nachkaufen. Die Regel ist nichts neu, die kennt ihr schon und dementsprechend lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn dir diese Tipps helfen und wir kommen zu einem weiteren Punkt. Der weitere Punkt ist, dass viele, viele Menschen sich auf Aktientipps zum Beispiel von YouTube oder irgendwelchen Magazinen stürzen. Die Bewertung von Einzelaktien ist kein einfaches Spiel. Es gehört viel finanzmathematisches Wissen dazu. Es gehört wirklich Sitzfleisch dazu, sich die Geschäftsberichte, Quartalsberichte, die einzelnen Meldungen des Unternehmens, die Nachrichten in der Branche usw. durchzuarbeiten, um daraufhin eine Bewertung zu kommen. Wenn wir uns schauen, nun könnte irgendjemand sitzen und auf Mallorca eine Nachricht drüber bringen, welche Aktie er gerade cool findet, indem er dir einen Überblick gibt, was ein Unternehmen macht. Tiefe Analyse sieht man dabei selten. Auf verschiedensten YouTube-Kanälen werden Aktien vorgestellt und man spricht im Grunde immer wieder dem einen oder anderen nach. Also wenn einer eine Royal Dutch Shell vorschlägt, dann kann man davon ausgehen, dass in den Folgewochen 10, 20, 100 weitere Kanäle genauso darüber sprechen. Und dann stürzen sich alle auf diese Unternehmen drauf, ohne dass ich bewerten kann, ob das ein gutes Unternehmen ist oder nicht. Fakt ist, die Presse funktioniert genauso wie YouTube häufig so, dass einer die Idee des anderen kopiert. Und darum bin ich kein großer Fan, da drauf zu schauen, sondern wir sollten uns raussuchen, wenn wir uns schon an anderen Stellen informieren, wer schafft es wirklich, eine fundamentale Analyse eines Unternehmens herzustellen, statt nur an der Oberfläche zu kratzen und nur die Ideen des Unternehmens mitzugeben. Denn häufig stürzen sich Redakteure und bei Finanzzeitschriften sind häufig einfach nur Redakteure und keine Analysten unterwegs, stürzen sich auf die Geschichten, die sie erzählt bekommen von Fondsmanagern und Ähnliches. Die Netzwerke sind ja gut und werden genutzt. Aber diese Geschichten müssen nicht zwingend zu einem Riesenerfolg des Unternehmens führen oder können in der Vergangenheit schon eingepreist sein. Daher bitte immer drauf verlassen, wenn du einzelne Aktien hast oder kaufen möchtest, mach dein eigenes Research, mach deine eigene Analyse und nutze verschiedene Kanäle, Presse, YouTube und Medien nur als Ideengeber und nicht als Grund, dass du eine Aktie kaufst. Denn wenn so eine Aktie mal fällt, dann stehst du genau vor dem Problem. Wenn du keine eigene Bewertung durchgeführt hast, weißt du nicht, ob das Unternehmen nun gefallen ist, weil die Märkte einfach wackeln und weil die Märkte schwanken oder weil das Unternehmen tatsächlich schlechter geworden ist. Wenn du die Wertkicker des Unternehmens nicht kennst, wirst du automatisch in diesen Phasen richtig in Panik geraten und das vielleicht sogar mit einem Verlust verkaufen, obwohl das Unternehmen viel mehr wert ist. Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Die musst du selber treffen, wenn du einzelne Aktien kaufen solltest. Und der siebte Punkt baut genau darauf aus. Und da reden wir über die Selbstüberschätzung. Und ich selber spreche da nicht nur von anderen Menschen, sondern auch von mir. Ich habe die Erfahrung genauso gemacht. Man selber hat ein, zwei Trading-Ideen oder Kaufideen von Aktien und setzt dann darauf und die waren mit einem Schlag super erfolgreich. Man hat mal drei, vier richtig große Erfolge hintereinander gemacht und denkt automatisch, jetzt bin ich unsterblich. Und dann macht man weiter so und man stellt fest, dass man auch eine gewisse Glückskomponente erwischt hat, dass der Markt genau in die richtige Richtung lief, dass die Aktien zufällig genau in dieser Phase auch noch einen extra Kicker bekommen haben, an den man überhaupt nicht gedacht hat. Und genau in dem Moment führt es zu deutlichen Selbstüberschätzungen. Deswegen empfehle ich dir, falls du eins der Aktien kaufst, dich mit einem Investmentfreund zu bedienen. Wenn du also einen Kumpel hast, mit dem du dich regelmäßig treffen kannst und über deine eigenen Investmentideen sprechen kannst, ist das eine Riesenhilfe. Denn dann wirst du, bevor du einen Kauf machst, deinem Kumpel eine Annahme erklären, warum du dieses Kauf durchführen möchtest. Du wirst ihm erklären, was das Unternehmen ausmacht und was deine Werttreiber sind, die du findest. Und dann kann er dir Feedback darauf geben, ob er das Ganze versteht. Bei uns selber im Alphaster Aktienfonds ist es so, dass wenn eine Analyse eines Unternehmens zu einem Kauf führen würde, dass dieser Kauf erst dann stattfindet, wenn ein weiterer Analyst diese komplette Analyse verstanden hat, jeden einzelnen Annahmenpunkt darin für die zukünftigen Ausblicke auch wirklich verstehen kann und auch akzeptieren kann. Das heißt, nur wenn die Quellen, die Daten, die dafür genutzt werden, wirklich vertrauenswert sind und auch verständlich sind, nur dann kommt es auch zu einem gemeinsamen Ergebnis und zu einer gemeinsamen Entscheidung des Kaufs. Das sorgt dafür, dass die Überschätzung von einer Person komplett nach unten getrieben wird. Man hat keine Entscheidung mehr aufgrund von irgendwelchen qualitativen Annahmen, die man hier trifft, sondern man hat eine fundamentale Datenbasis, auf die zugegriffen werden kann, die genutzt werden kann, um auch den anderen Analysten nochmal drauf schauen zu lassen. Dieses Vier-Augen-Prinzip, das wirkt sich fast immer positiv aus bei Investmententscheidungen. Und wenn die Diskussion dann auch entsteht über deine Annahmen für Aktien, dann ist das sehr hilfreich. Zusammenfassend kann man sagen, wenn du in einzelne Aktien investieren möchtest, dann kenne dich bitte gut mit diesem Unternehmen auf, höre nicht auf Tipps und kaufe nicht nur, weil der Kurs gefallen ist, sondern weil immer nur dann, wenn die Wertvorstellung für dich oberhalb des Preises liegt. Die Preise werden dann schwanken, aber deine Wertvorstellung, die bleibt konstant. Verwechsle also nicht den Markt, die aktuellen Preisschwankungen, mit dem eigentlichen Wert des Unternehmens. Und wenn du das in eine gute Verbindung führst, dann wirst du auch mit Aktien erfolgreich sein. Wenn einzelne Aktien nichts für dich sind, dann suche dir ETFs oder Aktienfonds, wo du in solchen Phasen stückweise investierst. Am besten dauerhaft als Sparplan und dann, wenn es mal nach unten geht, vielleicht etwas aggressiver. In diesem Sinne hoffe ich, dass du auch weiter aggressiver vorgehst und eins dieser Videos hier anschaust, die ich für dich aufgenommen habe, damit auch du besser wirst als dein Bankberater. Ich freue mich natürlich immer auf die Daumen nach oben. Das ist meine einzige Währung und meine Freude hier auf diesem Kanal. Und wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, freue ich mich ganz besonders. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis bald, dein Gero.